Ich bin Aini Fultz. Trotz unserem Katalog und unserer Webseite mit all unseren Produkten beraten wir unsere Kunden auch gerne telefonisch. Ich finde auch ein persönlicher Draht zu unseren Kunden ist sehr wichtig. Sie schätzen das sehr, denn vielemals gibt es auch etwas Spezielles. Oh, da ist Herr Müller. Er hat gesagt, er ruft mir noch zurück. Ich bin Aini Fultz.